schaut sie euch an die daxianer geben noch mal richtig gas tatsächlich haben wir darüber gesprochen dass der dax zumindest eine chance auf eine wende hat nämlich hier ist die wende kerze noch mal im tageschart einfach noch mal zur anzeige das ist eine wende kerze die andeutet dass der kurs tatsächlich von hier aus geht nach oben gehen will mit dem engeren stopp war das nichts mit dem weiteren stopp immer noch drin also die kerzenhändler die jetzt hardcore nur auf kerze analysieren die haben den stopp klassischerweise bei so einer wende kerze unten drunter die sind immer noch long und hoffen darauf dass der kurs jetzt nach oben geht ich habe hier mal im tageschart eine neue zeichnung mit rein ich habe vom höchsten punkt zum tiefsten punkt fibonacci mit hinzugezogen und die idee ist dass selbst wenn es weiter bärisch geht wie jetzt geht hoch und bärisch naja nehmen wir mal an das ist tatsächlich so die erste bewegung runter wir bekommen nur eine korrektur und es geht nachher noch mal runter vorsichtig das ist nicht das einzige was jetzt passieren kann aber nehmen wir mal an dieses szenario passiert was nicht untypisch ist dann wäre die erwartungshaltung dass wir in den bereich gehen ungefähr 15.350 beim dax index jetzt 15.600 vielleicht auch noch 15.800 also wir hätten ein bisschen platz keine sorge für die berufs bullen unter uns die sowieso sagen hey alles safe das geht jetzt nach oben jahresend rallye die gute nachricht auch die laufen hier durch der einzige unterschied die bären haben dann eigentlich hier irgendwo ein dreh zu erwarten während die bullen dann sagen ihr könnt uns mal wir kaufen tapfer noch mal weiter das tolle daran ist dass egal ob man bulle oder bär ist dieses teilstück nach oben gar nicht so unrealistisch ist vorweg die warnung natürlich kann der markt auch aus der hüfte geschossen jetzt nach unten fallen das geht natürlich immer dafür haben wir aber ja den stopp die möglichkeit eben zu sagen okay das ganze ist nichts dann fliegen wir halt raus und haben ein klein bisschen risiko hier auf der abwärtsseite also ihr seht das bild beim dax ist positiv und wenn ihr mich jetzt fragt das ist doch super für uns wir haben uns für die engere stopp variante entschieden das machen wir durchaus häufig das war für uns in dem fall nicht so optimal wir sind da also jetzt nicht mehr drin aber es geht ja nicht so sehr um uns und was wir da im einzelnen machen sondern um die einschätzung was hier im markt da passiert und einige von euch weiß ich entscheiden sich sowieso für den stopp hier unten drunter kerze einfach höchster punkt dieser umkehr kerze ist einstieg tiefster punkt dieser kerze ist ausstieg und haben dementsprechend ja eigentlich die lacher im moment auf ihrer seite zumindest mal sieht das ganze hoffnungsschwanger aus wenn man sich das ganze hier anguckt hier bis heute nachmittag macht das einen ganz guten eindruck was wir hier sehen und die hoffnung ist da dass der kurs hier tatsächlich jetzt ja noch ein bisschen mehr schwung nach oben naja eben durch hält also dass er da ein bisschen weiter noch entsprechend läuft wenn wir auf den vier stunden chart blicken hätte ich fast gesagt nicht vier stunden viertel stunden chart blicken dann sehen wir dass wir hier an natürlich auch die aufwärtsbewegung jetzt sogar noch haben mit dem bruch ein bisschen über das letzte hoch was wir hier noch so von ende der woche hatten letzte woche allerdings muss man auch dazu sagen alles gut soweit ebenfalls allerdings relativ wackelig die angelegenheit also zu 100 prozent überzeugend ist es noch nicht aber ich will kein untenrufer sein die umkehrkerze wird einige marktteilnehmer bewegen hier auf der long seite aktiv zu sein und ich sag mal so ich sehe eine ganz realistische chance dass wir als nächstes so in die richtung 15.350 400 irgendwie sowas in der richtung gehen nochmal der hinweis das ist nicht der hinweis dass wir zwingend danach weiterlaufen es ist durchaus realistisch dass es dann umdreht aber die entscheidung die wird in dieser box gefällt je nachdem wie die nachrichtenlage da ist wie die marktteilnehmer dann drauf sind aktuell allerdings ist das gar nicht so abwegig falls wir falsch liegen naja stoppt da unter auf der unterseite ist immerhin ein punkt so gucken wir mal bei den beim dow jones auch der gefällt mir eigentlich ganz gut die blue chips sind es offensichtlich die im moment besonders viel spaß machen hier haben wir zwar keine klassische wendekerze so wie wir das eben hatten mit dem hammer auf tagesebene aber ihr seht wir sind dort gelandet in der unterstützung laufen jetzt tapfer nach oben ich hatte gestern schon mal so ein bisschen angedeutet dass wir hier eigentlich einen schub nach oben haben und anschließend hier wackelig nach unten das ist das was ich hier am liebsten eigentlich sehen würde bisher hat der kurs dass wir sehen dass im vier stunden chart noch nicht wirklich gemacht aber naja er strebt ja weiter nach oben also insofern gab es da erst mal noch kein vertun auch hier auf dem viertelstunden chart mal geblickt dann sehen wir naja das mit dem rücksetzer die idee die wir hier angedeutet hat gestern hatten wir das mal eingezeichnet die ist ja eigentlich ganz ganz toll aber der markt hat es nicht gemacht er ist im gegenteil noch weiter nach oben wie müssen wir das denn einschätzen naja ich hatte es gestern so ein bisschen angedeutet allerdings zugegeben nicht mein lieblingsszenario dass das hier vielleicht auch einfach nur eine seitwärts korrektur sein könnte und dass wir nach dieser seitwärts korrektur weiterlaufen dann wäre quasi der erste teil hier schon so ein bisschen anders aufzuteilen gewesen ich mache das jetzt mal so und wer jetzt sagt ja siehst du das siehst du es im nachhinein in dem fall ja die beiden varianten hatten wir und mir wäre die andere variante nämlich schub runter abc hier hoch und noch mal runter lieber gewesen dann wäre ich hier gerne eingestiegen oder irgendwo auf diesem zwischenhoch jetzt hat der sauhund sich allerdings anders entschieden natürlich nicht der markt sondern die markteilnehmer die haben nämlich gesagt wir sind hier schon fertig mit der korrektur das ist die korrektur gewesen und dann war das die aufwärtsbewegung auch das ist ganz klar korrektives verhalten drei wellig und hier war der trigger also ihr seht wenn ihr hier vielleicht auf eigene faust heute vormittag schon mal geguckt habt dann hattet ihr hier ein ganz deutliches bild wie viel wellig ist das naja drei wellig wenn diese marke durchstößt wäre das die fortsetzung mindestens mal dieser bewegung also dass sowas zu erwarten ist und möglicherweise wenn das wirklich hier schon die komplette korrektur ist ja dass wir da weiter auf dem weg nach oben sind also ihr seht die blue chips die machen ganz guten eindruck aktuell da sieht man dass die aufwärtsbewegung doch relativ deutlich ist achtet mal hier unten links auf den chart hier im 15 minuten chart und wenn wir jetzt auf dem s und p wechseln in dem fall dann sehen wir oh gott was das denn naja einerseits meine hässliche zeichnung hier drin aber ihr seht schon hier haben wir viele rücksetzer die überschneidend sind also wir sehen dass die blue chips ziemlich deutlich hier auf dem weg nach oben sind in amerika wir sehen aber dass zeitgleich die der s&p das eigentlich der marktbreite index der hat aber auch viele tag titel und für gewichtige tag titel drin dass der bei weiten nicht so toll aussieht an sich wäre ein dreh hier in diesem bereich auch gut da haben wir letztens drüber gesprochen das müssen wir nicht nochmal jetzt breittreten also da sind wir immer noch indexmäßig safe was das angeht wenn auch knapp hier an der geschichte mit der überschneidung das habe ich aber gestern genau erklärt anstieg also erstmal okay aber da gefällt mir der dow jones deutlich besser nichtsdestotrotz auch hier gilt natürlich grundsätzlich bekommt ihr irgendwas korrektives nach unten sind das eher kaufgelegenheiten also insofern das mal vormerken damit kann man normalerweise eigentlich ganz gut arbeiten wenn wir auf den nasdaq angucken uns den nasdaq angucken also das eigentliche tech monster was wir haben das sieht ja fast am schlimmsten aus guckt euch mal das ding an das sieht bislang hier zumindest mal jetzt ist da so halbwegs der ausbruch nach oben gelungen mit abstand am korrektivsten aus also insofern die größte sorge eigentlich oje ob das nochmal was wird tatsächlich ist wenn der kurs sich jetzt nicht mehr deutlich von diesen niveaus entfernt ich mach das mal größer dann seht ihr das vielleicht besser muss mal gucken dass ich die einstellung hier ein bisschen größer mache dann könnt ihr das besser sehen verzeiht mir jetzt für heute ist es muss ich mal dran denken dass ich das größer mache hier könnt ihr die zahlen besser mitlesen aber 14.600 sind wir jetzt hier ungefähr 610 ungefähr beim future aktuell ich wäre zumindest mal sehr vorsichtig wenn wir diese marke das war die von heute mittag bei 14.400 wenn wir die nach unten durchstoßen spätestens bei dieser marke hier das ist 14.300 von gestern kurz vor eröffnung oder um die eröffnung herum wenn eine von denen also spätestens bei der hier bei der hier wahrscheinlich aber auch schon wird es sehr verdächtig dass der kurs sogar noch mal bis hier runter geht also ihr seht der tech markt der gefällt mir von der art und weise wie der anstieg gelaufen ist am wenigsten die marktteilnehmer haben hier am wenigsten schwung im moment wenn ich das vergleiche mit den blue chips auf jeden fall mal trotz alledem natürlich auch der nasdaq hier an der unterstützung mit chancen hier erstmal nach oben also generell kann man sagen die chance nach oben ist nicht die schlechteste wir können davon ausgehen dass eine realistische chance ist dass der markt noch ein bisschen weiter nach oben strebt allerdings muss man dazu sagen der tech markt hat die und deutlichsten signale dazu vielleicht kommt das später wird das noch besser aktuell aus meiner sicht ist es erstmal eher auf der blue chip seite von der umsetzung na gut wollen wir mal gucken was draus wird achtet drauf aufwärtsrichtung scheint aktuell zu sein denkt dran korrektive rücksetzer dreiwellig sind tendenzielle möglichkeiten noch mal in den markt auf der long seite mit dabei zu sein für all diejenigen die diese signale mit beachten born war haben wir auch noch hier im vier stunden chart also da bahnen sich jetzt trades dann noch mal an also vielleicht ist das dann die ultimative chance trotzdem dann noch irgendwie reinzukommen in diesem sinne habe ich jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße bis zum nächsten mal